Mega Messe in München. Vom 9. bis 11. Juli fand die Trendset Sommer 2022 statt und alle kamen. Rund 21.000 Fachbesucher aus 42 Nationen entdeckten und orderten die neuesten Produkte und Trends für Herbst, Winter und Weihnachten. Die Trends richteten sich nach den drei Trendrichtungen. Mit Smart Serenity zieht eine ruhige Klarheit ins Zuhause ein. Bewusst einfach gehaltene Designs für ein entspanntes Wohngefühl. Connected Nature zeigt die Naturverbundenheit in den Kreationen. Natürliche, umweltverträgliche oder naturnahe Materialien verbinden sich mit der Wertigkeit traditioneller Entwürfe und moderner Designs. Mit Open Horizon kommt Farbe ins Spiel. Fantasie und Kreativität finden sich hier in einzigartigen und teils so realen Entwürfen wieder. Die knapp 2000 nationalen und internationalen Aussteller und Kollektionen zeigten ihre Neuheiten aus den Bereichen Live & Give, Cook & Eat, Decorate & Create und Work & Play. Musik 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 Und der eine oder andere Aussteller hatte sogar bereits Produkte aus der Frühjahrskollektion am Start. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Winter auf der nächsten Trendset vom 7. bis 9. Januar 2023.